Weißen Sie viel besser die grünen dicken ihr wisst schon er erinnern die Gründe hier nehmen das ihr nehmt das als kleines Dankeschön aber von 20 Prozent und 20 Erfahrung aufgabe abgeschlossen Oker 423 Gold jeweilig hat das 155 warum hast du schon so viel Gold ich bin zu viel deutschen Hau du bist mir jetzt schon wieder hin ich bin zum Händen Mann die Madrid-Versinn rechts Zeitgegrüßt seit die Gründung ist und auch wenn du Schmuck gehst um dann sind der hier für diese Taktik und nun sowas mehr davon hat nämlich einmal einer hier ist auch was für Zweikampf der Wochengang bei mir da hatte nämlich immer einmal einer richtig geil so ein wie heißen das so ein Ring oder so ein Amulett was den Verkaufswert um 20 Prozent steigt ja ja und den hatte bis jetzt kein anderer mehr ist voll scheiße Rüstung und sowas will ich nicht kaufen so ich gucke mal so ich gucke mal so Rüstungen Räume ich habe mich dran wenn ich das und 8 und hat dann Klatschen das ist ein bisschen zu tun ich bin ja ja das ist aber dann auch nicht ein bisschen weiter mehr ist schon gut aber wir haben mal für langsam langsam vor allem Schluss machen weiter weg Hammer ja, für heute, ja, wir können ja morgen nochmal ein bisschen weitermachen. Okay, ihr Lieben, also für heute hören wir mal auf hier mit Second 2 Fallen Angel. Ja, wie ihr seht, wir laufen mal hier so durch die Gegend und eigentlich passiert nichts und doch eine ganze Menge. Ein bisschen aufhinterwält, ein bisschen Leute platte macht und nun schauen wir mal wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ein bisschen gestorben. Ein bisschen gestorben sind überhaupt genau, ja. Okay, ich wünsche euch was. Bis dann tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder jetzt, ähm, haben wir ein großes Problem natürlich bei Second 2, dass wenn man so ein Spiel mal in Zwischenzeiten verlässt, startet man wieder auf der Hauptinsel und muss sich dann dahin porten, wo man hinlut. Ja. Und das heißt bei uns in dem Falle, wo wir die Zeit eigentlich nach Schlehenford, oder? Nichts in diesem aktiven Seelenstein, oder? Ja, aber ich weiß nicht, welchen du hast. Du kannst ja mal gucken, mal auf der Karte. Den kurz unterhalten, den auch gleich sein als Pfeil. Bei dem bin ich, ja. Äh, ich bin kurz unterhalb von Seelenstein. Von Schlehenford. Von Schlehenford. Von Schlehenford nicht den so ganz weit links davon? Nein. Gleich unterhalb von Staten. Von Schlehenford. Ja, kann sein. Ja, also, portier mich jetzt dahin. Ja, ich glaub ich bin hier. Ach so, ja, okay. Ja, bei diesem Dorf, also von Weißer. Bei dem Dorf. Bei dem Dorf. Bei dem Dorf. Bei dem Dorf. Ich weiß nur, dass jetzt gerade hier irgendwelche, irgendwelche Ökotupen an mir dran sind. Ja, stammt, wird der ja sicher da. Ja, sicher. Ja, sicher da. Ja, sicher da. Ja, sicher da. Äh, ich bin, glaub ich, hier wo geht denn hier ab, bei diesem komischen, hofftet mit dem Typen hier. Und noch mal schlampelig. Bleibst du mal stehen? Ich will nicht. Wack mal. Wer kümmert sich um meinen Sohn? Wer kümmert sich um meinen Sohn? Ist mir da völlig wurscht, ey. Man kann allein, wenn dein Sohn schlampeln. Mal. Lade. Äh, so. Das ist mal so. Na, hol wohl. Na, Hellbade. Ohhhh. Na, Hildebade kannst du die haben? Oder, willst du nicht die haben? Wenn da steht Schattenkrieger, dann kann nichts hinnehmen. Na, na, da steht nur halt Stangenkämpfer brauchst du. Also, Stangenkämpfer. Ich weiß nicht, ob ich ein Stangenkämpfer bin. Also, um halt hier so, äh, sitzt sie so. Um kannst weitere Gegner zu treffen brauchst du das halb ok noch mehr Gegner zu treffen doch ein paar die Frage ist wo bist du jetzt eigentlich sie sich um einen Bauern auf meiner Stimme ja weil sie sich überhaupt nicht dann wird ein und wenn ich doch als grauer Pfeil müsste ich da sein nein eben nicht deswegen das ist ja mein Punkt nicht als Trauer ja weil ja vielleicht weil du da noch nicht warst ja wahrscheinlich weil ich da nur noch nicht war es ist in welchem Land 3 Prozent um wie er noch mal so nach und so weitergegene 34 bis 48 Jahre so eine gute Schadung der Borde wird auch nicht mehr Baddorf und Bartharzt er weiß jungen ja ich weiß aber sieht aus als ein Bartholm mit Abweich Prozent die Kreuzersweiche sage ich immer nicht zählen als größer genau das macht man nichts zu sagen so ich bin jetzt bei Eibenbach man muss noch Eibenbach die Eisenbahn das hat sich nicht schon da wo der andere aktive Seenstein ist und dort die Wecker Prozent auf den Seenstein weiter und die Kühle das das ist hier und dann muss doch Prozent wo bist du bist jetzt seit dem Buch der Gäste den Steiner wird er dann sagt er nicht geht um den Leier so er ist was ist er davon haben gewartet oder hier war ich manchmal beides hier dann auch mit links gekauft wird nur noch weiter bei uns aus dem Haus hatten mit der Runde mit der Klinik und dann ist er da kommen mehr als Schattenkrieg an die Beine davon und der Schubbücher ich stehe die bei der Opfer sind nicht recht gut so war noch mal die Kopfschutz in Köln Helle Bahre 2 und 30 da muss ich einen schönen Tag die Helle war ich gerade genommen ja ich hätte das ist auch anders als die Erwachsenen ausgetauscht hast und ich die Bartholz oder so das was du da gegen ausgetauscht hast was denn das andere möchte ich dann bitte wieder haben achso und das was du da gegen, ja das was du da gegen ausgetauscht hast kannst du selber verkaufen dass man nicht eingehen kann, dass es sofort freigeschaltet werden soll ja, aber das wäre noch besser aber gut tut mir leid wo ist denn jetzt eigentlich die Händerin? oder der Händler oder? ja blindfisch blindfisch oh mal, 10 Gold bring mir das Ding, warte mal hier, Verkaufspreis 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 war bevor ich meinen, bevor ich die Axt äh, die Axt oder die Hellebade auch das was du mir gegeben hast verkauft habe die Kapitel ist 279 Gold mehr haben nicht so so ich hab auch plus 279 Gold, so ist nicht 279 ich hab 380 ich hab 380 ja eben deswegen bist du wissen die besser dran als ich so äh hatten wir noch irgendwo nicht fest am Laufen kommst du mit oder was machst du? so 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 nach Schleim vor wenn wir uns versuchen diesen Händler diesen Reittierhändler zu suchen wir suchen uns mal den der der muss aber nach Schleim fort wir sind nach Schleim fort ne also hinter uns ne ich glaube wir müssen nach Eidenbach weiter sag das vor uns ne ich lehne Fotos rechts von uns jetzt ja ich weiß ich sag dir auch nicht dass wir dahin müssen sondern nach Eidenbach sind wir jetzt ja ich musste ja also das ist mit euch ja mal Eidenbach jetzt oh man ey ich hab ein Zucken im rechten Finger ey gehst ich kann sein rechtlich ey auf der erste mal rechtlich machen da sind Gegner da aber erstmal rechtlich wer sind schlief die Gitarre ist schon ja aber ich mache die Tür auf er macht sie wieder was sie wieder zu lassen es gibt nicht mehr da er ist gar keiner hat sie nicht mehr nicht mehr aber er ist auch gar keiner ist nicht mehr was im Klindern ist gar nicht alles leer die ausgestorben ausgeräuchert da hat sich eine Qualität und ähm ich muss er die ist fiel und das kriege ich ich war erholt naja mann und es so okay das das ist nichts mehr viel Blut man will so viel ist auch ein Wurzmisch schon mal mehr als Arzt der Mann auf jeden Fall Holzfäller manche den Brot hat oder nur mit einer Axt wurde der das Opfer am Mordet das ist ein und stammt als Nürnberg so bestellen du hier sind schon da A